Liebe Freundinnen und Freunde des Stifterverbandes, große Dinge werfen ihre Schatten voraus. Wir planen nämlich zusammen mit euch eine große MOOC-Sonderwoche. MOOC steht für Massive Open Online Courses. Zu diesem Zweck werden wir an jedem Werktag in der Woche zwei Videos zum Thema MOOCs veröffentlichen. Es wird im Moment viel über MOOCs diskutiert, überall in Europa. Man muss nicht Podcast, Video, Quizzes, Forum und sonst welche interaktiven Grafiken und was auch immer dort quasi reinballern. Was wir uns wünschen für die Zukunft ist, dass diese Softwareplattformen mehr Teamfähigkeiten und Vernetzungsmöglichkeiten haben werden. Die MOOCs sind nicht sozusagen das letzte Wort und das letzte Format, was entwickelt wird, sondern im Gegenteil, sie haben eine Türöffnerfunktion. Wir sehen also jetzt im Bildungssegment etwas, dass nämlich der Lernende und Lehrende durch die Digitalisierung in ein unglaubliches Scheinwerferlicht gerückt wird. In the long run is basically you don't even have to type in things, because they already know who you are and what you need and what you want. Was die großen MOOC-Anbieter versuchen, ist natürlich Geschäftsmodelle zu finden. Irgendwie muss ich das zum Schluss rechnen. Und dann versuchen wir das zu behalten, was gut funktioniert. Und das, was nicht so gut funktioniert, wird dann einfach abgeschafft. Als großen Höhepunkt der MOOC-Sonderwoche planen wir einen Hangouts on Air mit diversen Experten aus der Szene. Wir werden zusammen mit euch das Thema MOOCs und all seine Implikationen diskutieren. Zum Thema MOOCs haben wir eine spezielle Playlist auf YouTube angelegt, die man auch gerne abonnieren kann.